Ein Inam ist ein Aufzählungsdatentyp, bei dem ihr selber festlegen könnt, was denn genau in diesem Datentypen aufgezählt werden soll. Ihr könnt euch also ein Inam als eine Art Liste vorstellen. Ein sehr einfaches Beispiel dafür ist eine Aufzählung von Ampelfarben, also Rot, Gelb und Grün. In der SPS-Programmierung werden Inams aber auch häufig eingesetzt für eine Auflistung von möglichen Zuständen, die eine Steuerung einnehmen kann. Bei einer Ampelsteuerung würde also diese Aufzählung der Farben noch ergänzt werden um die Farbe Rot-Gelb. So, ich werde euch gleich zeigen, dass die Deklaration und die Verwendung von Inams wirklich einfach ist. Es gibt aber auch noch sozusagen Optionen bei Inams, die deren Verwendung sicherer machen, aber gleichzeitig eben auch etwas einschränken. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch ja auch. Als erstes zeige ich euch jetzt, wie ihr einen Aufzählungsdatentypen anlegt. Weil ein Inam ein benutzerdefinierter Datentyp ist, sollte der in diesem Ordner DUT, abgekürzt für Data Unit Types, erstellt werden. Dazu klicke ich also mit Rechtsklick hier auf diesen Ordner und wähle aus diesem Menü Hinzufügen DUT. In dem Menü, das sich jetzt hier öffnet, seht ihr schon, dass es verschiedene benutzerdefinierte Datentypen gibt. Unter anderem eben auch eine Enameration, also der Aufzählungsdatentyp, um den es jetzt hier geht. Den wähle ich aus und nenne diesen Datentypen dann noch I Farbe, weil ich für dieses Beispiel eine Aufzählung der Ampelfarben wähle. So, hier gibt es noch die Option Textlistenunterstützung, womit ich die Möglichkeit schaffe, die Bezeichner meiner Aufzählungsliste später in einer Visualisierung verwenden zu können. Das brauche ich jetzt hier aber nicht. So, dann bestätige ich das Ganze mit Öffnen und dann wird die Definition dieses Aufzählungsdatentypens hier erstellt. Die Bedeutung dieser beiden Befehle hier oben in den geschweiften Klammern erkläre ich später. Für den Moment kommentiere ich die also erstmal aus. So, die Typendefinition wird also mit Type eingeleitet, danach kommt der Name des Aufzählungstypens mit einem Doppelpunkt und in den runden Klammern stehen dann die Elemente meiner Aufzählungsliste. EnamMember ist hier nur ein Standardeintrag, den ich gleich hier setzen werde. Und abgeschlossen wird die Definition mit EndType. So, in die runden Klammern schreibe ich jetzt also die Elemente meiner Aufzählung und das sind die Farben Rot, Rot-Gelb, Grün und Gelb. Und die einzelnen Elemente trenne ich durch ein Komma. Ihr fragt euch jetzt vielleicht noch, was diese Zuweisung mit dem Wert 0 hier im ersten Element soll. Die Erklärung dafür ist, dass alle Elemente in der Aufzählungsliste eine eindeutige ID haben und das ist eine ganze Zahl. Die ID von Element Rot ist hier die 0 und die IDs der nächsten Elemente werden dann immer um 1 erhöht. Rot-Gelb hat also den Wert 1, Grün den Wert 2 und Gelb den Wert 3. Der Wert des ersten Elements muss nicht immer 0 sein. Das könnte auch eine andere ganze Zahl sein, sogar auch eine negative Zahl. Grundsätzlich sind für die IDs der Listenelemente hier Werte aus dem Wertebereich eines Integers erlaubt. Wenn ihr also hinter den Bezeichner keine andere Angabe macht, wird die ID immer um 1 inkrementiert. Wenn ihr es braucht, könnt ihr auch jedem Bezeichner sozusagen händisch eine ID zuweisen. Wichtig ist nur, dass ihr dabei keinen Wert doppelt vergebt. Und das Ganze könntet ihr auch nur bei einzelnen Elementen machen, also zum Beispiel so. Hier hat Rot den Wert 0, Rot-Gelb wird dann der Wert 1 zugewiesen, Grün wird dann von uns auf den Wert 4 gesetzt und Gelb bekommt dann wieder den Wert 5. In den meisten Fällen braucht man aber diese Möglichkeit, die Werte selber vorzugeben, gar nicht. So, was könnt ihr jetzt mit einem solchen Inam-Datentypen anfangen? Zu Beginn hatte ich ja schon erwähnt, dass ihr damit Zustände einer Steuerung angeben könnt und das demonstriere ich jetzt einmal an einem kleinen Beispiel. Im Main-Programm deklariere ich zunächst eine Variable vom Typ i Farbe und initialisiere die mit dem Wert Rot. Der Initialisierungswert muss hier natürlich ein Bezeichner aus dem Aufzählungsdatentypen sein. Und dann brauche ich gleich noch eine Textvariable, also ein String, in die ich den Zustand der Steuerung schreibe und eine Bool-Variable, um die Zustände weiterzuschalten. So, weil ja die Werte eines Inams intern Integer-Variablen sind, kann ich die auch in einem Case-Statement auswerten. Die einzelnen Fälle sind dann eben die Farben aus meinem Aufzählungsdatentypen und da gebe ich einfach immer nur die Farbe aus und warte darauf, dass B-Switch wieder auf True gesetzt wird. Dann wechsle ich den Wert von i Farbe auf den jeweils nächsten Zustand und ganz am Ende, nach dem Case, setze ich dann noch B-Switch wieder zurück. So, das Programm kann ich nun laufen lassen und dann seht ihr, dass hier die einzelnen Phasen einer Ampel zyklisch durchlaufen werden. Der Zustand der Ampel wechselt also immer, wenn ich B-Switch auf True setze. Bis hierhin habe ich euch also gezeigt, dass die Deklaration und die Verwendung eines Inams wirklich simpel ist. So einfach ein Inam ist, so nützlich ist dieser Datentyp aber auch für den Aufbau von sogenannten Schrittketten, also Steuerungen, die eben verschiedene Zustände haben und die in Abhängigkeit von bestimmten Ereignissen zwischen diesen Zuständen wechseln. Bei einem Inam, wie ich den jetzt hier implementiert und genutzt habe, gibt es aber auch ein paar Sachen zu beachten und die zeige ich euch jetzt. Das erste ist, dass ich in meinem Programm hier die Bezeichner aus dem Inam, also rot, grün und so weiter, wie konstante Variablen verwendet habe, ohne dass dabei aber der Bezug zum Aufzählungsdatentypen tatsächlich ersichtlich ist. Das heißt, diese Inam-Elemente hier werden losgelöst von ihrem Geltungsbereich verwendet. Zu einem Problem kann das werden, wenn ich in meinem Programm Variablen habe, die denselben Bezeichner haben, also zum Beispiel sowas hier. Grün ist jetzt also eine lokale Variable in dem Programm, die das Inam-Element grün sozusagen überdeckt. Das seht ihr insbesondere an diesem Fehler hier, dass nämlich eine veränderliche Variable nicht in dem Case-Statement ausgewertet werden kann. So, durch die Deklaration der Variablen grün vom Typ Integer hier oben kann ich also schon mal das Programm nicht mehr kompilieren. Wenn ich jetzt die Variable grün hier zu einer Konstanten mache, dann gibt es zumindest keinen Fehler mehr, aber die lokale Variable grün überdeckt immer noch das Inam-Element. Um dieses Problem zu lösen, gibt es eine einfache Möglichkeit, nämlich dem Bezeichner grün hier seinen Geltungsbereich voranzustellen, also i-Farbe. So, auch wenn die lokale Variable grün und der Inam-Bezeichner jetzt also gleich heißen, kann ich jetzt aber durch die Angabe des Geltungsbereichs sauber zwischen beiden trennen. Das ist also guter Programmierstil, bei der Verwendung eines Inams diesen Bereich immer mit anzugeben. Und damit ihr euch immer an diesen Stil haltet, könnt ihr euch auch selber dazu zwingen, indem ihr nämlich bei der Inam-Deklaration dieses Attribut Qualified-Only angebt. So, jetzt seht ihr also in der Main, dass die Bezeichner Rot, Rot-Gelb und Gelb alle rot unterkringelt sind. Diese Bezeichner sind jetzt also nur gültig zusammen mit dem Geltungsbereich. Ein zweites Problem beim Inam kann sein, dass ihr eine Inam-Variable noch wie eine ganz normale Integer-Variable verwenden könnt. Das heißt, ich könnte der Variablen iAmpel hier irgendeinen Integer-Wert zuweisen, also zum Beispiel den Wert 6. Das Problem ist jetzt, dass ich gar keinen Bezeichner definiert habe, der den Wert 6 hat. In dem Case-Statement wird hier der Fall, dass iAmpel gleich 6 ist, also gar nicht behandelt. Die Inam-Variable wird also wie eine ganz normale Integer-Variable behandelt, mit der ihr sogar rechnen könnt. In der Regel sind solche Berechnungen aber ziemlich sinnlos. Damit euch solche Rechnungen nicht aus Versehen passieren, gibt es eine Möglichkeit, wie ihr euch davor schützen könnt, nämlich indem ihr bei der Deklaration des Inam das Attribut strict angebt. Jetzt seht ihr im Main-Programm, dass bei den Berechnungen mit dem Inam Fehler aufpoppen, sodass das Programm also auch wieder nicht kompiliert werden kann, wenn darin eben solche Berechnungen enthalten sind. So, ich hoffe, dass ihr bis hierhin erkannt habt, dass die Attribute qualified-only und strict ganz sinnvoll sind und die deswegen auch standardmäßig bei der Erstellung eines Inam immer mit angegeben werden. Neben diesen beiden Attributen gibt es für Inams noch ein weiteres Attribut, das manchmal ganz hilfreich sein kann. Und das ist das Attribut toString. Um zu erklären, wofür das gut ist, kommentiere ich das zunächst noch einmal aus. So, hier im Main-Programm nutze ich ja diese String-Variable stext, um den jeweils aktiven Zustand da reinzuschreiben. Das mache ich hier also in jedem Fall dieser Case-Anweisung. Komfortabler wäre es ja aber, wenn ich den Bezeichner meiner Inam-Elemente direkt in stext schreiben könnte, also zum Beispiel in dieser Form. Eine direkte Zuweisung von iAmpel zu stext funktioniert nicht, weil das ja zwei völlig verschiedene Datentypen sind. Und deswegen muss ich iAmpel zunächst in einen String konvertieren mit der Funktion toString. Die Zuweisung in den Fallunterscheidungen brauche ich dann nicht mehr und deswegen kommentiere ich die dort mal aus. Wenn ich jetzt das Programm laufen lasse, seht ihr, dass in dem String-as-Text nicht die eigentlichen Bezeichner meiner Inam-Elemente stehen, sondern deren IDs, also die Werte 0 bis 3. Diese Werte sind aber nicht wirklich sprechend. Eine Ausgabe von diesem String erfüllt also nicht wirklich den Zweck, Transparenz darüber zu schaffen, in welchem Zustand sich die Steuerung befindet, was man insbesondere bei der Entwicklung von Steuerungen häufiger mal braucht. Wenn ich jetzt aber in der Inam-Deklaration das Attribut toString hinzufüge, dann hat das die folgende Auswirkung. Dann wird nämlich bei dieser Zuweisung hier in Zeile 1 nicht die ID des Elements, sondern tatsächlich dessen Bezeichner übergeben. Ich habe also jetzt nur das Attribut hinzugefügt, den restlichen Code aber gar nicht verändert. Und dass das dann also tatsächlich so stimmt, wie ich behauptet habe, seht ihr jetzt hier im laufenden Programm. In S-Text steht also nicht mehr die ID, sondern wirklich die Bezeichner der Inam-Elemente.